Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, der 24.09.2019 um 6 Uhr. Punkt 6 Uhr. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Nachdem ich gestern um 20.30 Uhr ins Bett bin, Opa Tarn, es geht immer früher schlafen, habe ich immerhin 8 Stunden 12 geschlafen. Um 20.47 Uhr bin ich eingeschlafen und um 5.20 Uhr bin ich aufgestanden. Das sind 8 Stunden 12. Das ist, ja, nicht schlecht. 70 Beats per Minute während des Schlafens ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Und ich habe schon 38 Schritte gemacht heute. Na, vielleicht waren es ein paar mehr. Ich bin ja früh immer die Uhr ab, wenn ich ins Bad gehe. Ja, wie gesagt, es ist Dienstag, es ist kurz nach 6. Der Arbeitstag gestern war gut. Wir waren, also ich war bis 17 Uhr im Büro, habe gestern, glaube ich, reine Anwesenheitszeit 10,5 Stunden gehabt. Wann bin ich da gewesen? Kurz vor 6.30 Uhr. 7.30 Uhr, 9.30 Uhr, 10.30 Uhr, 5.30 Uhr, 5.30 Uhr, 5.30 Uhr. Ja, 10,5 Stunden war ich anwesend. Und dann zieht man ja nochmal 30 und 15 Minuten Pause ab, also 9 Stunden 45, reine Arbeitszeit. Heute werde ich das, glaube ich, wieder so tun und morgen auch, sodass wir in dieser Woche auf, naja, 6 bis 7 Stunden plus kommen. Mal gucken, damit ich den nächsten Freitag, den Brückentag, den 4.10. möglichst gut mit, wie soll ich sagen, Stunden gefüllt kriege. Also, ich bummel ja immer Stunden ab, ne, das ist diese freien Tage. Kann man im Jahr 12 Stück von nehmen und mit Überstunden sozusagen füllen. Und die fülle ich gerade auf, damit ich sie dann diesen Freitag und nächsten Freitag entsprechend wieder abzapfen kann. Anzapfen, ja, wie auch immer. Ja, ich habe gestern zwei Folgen von The Dark Crystal geschaut, diese Puppen-Show-Serie von dem Film aus den 80ern, 82 oder so kam der, richtig gut. Die Musik ist der Hammer und die Settings, die Welt, die sie da geschaffen haben, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, worin das endet, worin das mündet. Und ich werde heute, denke ich mal, die Serie beenden und dann morgen Abend mir die Zeit nehmen und den Film schauen. Den Film habe ich meines Wissens nach noch nicht geguckt. Und dann bin ich wahrscheinlich sehr traurig, dass das alles schon wieder vorbei ist. Aber ich kann nicht aufhören, das zu schauen. Ja, was gibt es noch? Gibt es irgendwie noch was zu erzählen? Den Mixer, den meine Mutter gekauft hat, letzten Donnerstag, das Ausstellungsstück, da fehlt ein Teil. Der ist undicht, da läuft die ganze Suppe unten raus während des Mixvorgangs. Das heißt, sie bringt das Teil am Freitag wieder mit. Und entweder bringe ich es zurück oder sie bringt es zurück oder wir bringen es zurück. Ich habe noch keine Ahnung. Wir gucken mal. Da fehlt, wie gesagt, so ein Dichtungsring. Das ist natürlich schade, aber nicht zu ändern. Am Donnerstag gehe ich mit Julia in die Sneak. Ich habe heute früh um 5.30 Uhr die Karten reserviert für die Sneak-Preview. Ich treffe mich mit Achim am Donnerstag, so gegen 17 Uhr, zum Quatschen, Kaffee und Kuchen oder so. Und Freitag ist, wie gesagt, Mutter und Freund von Mutter in Berlin. Und wir werden am Nachmittagabend, irgendwann 16, 17 Uhr, werden wir in den Schnitzelkönig gehen. Und Jermaine ist auf dem Weg zurück, zusammen mit Oliver, seiner Mama und dem Freund von der Mama, aus den USA nach Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob sie schon gelandet sind oder nicht. Gestern waren sie zwischen Stopp in Texas. Und mal gucken, wann sie dann in Germany wieder ankommen. Ich freue mich drauf. Vielleicht kriege ich das ja auch irgendwie hin, dass ich Jermaine am Freitag treffe. Oder am Sonntag. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal. Mal schauen, wie er so aussieht. Ob er total amerikanisiert ist. Ob er braun ist. Ich denke mal, er hat ganz schön Farbe gekriegt. Ich glaube, auf den Bildern aus San Francisco war er ziemlich rot. Und jetzt drei Wochen USA. Das müsste sich eigentlich auch farblich irgendwie widerspiegeln. Die Dauersonne, der dauerblaue Himmel. Ja. Ja. Und das ist es eigentlich von mir. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Dienstag. Kommt gut durch den Tag. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten täglichen Vlog gegen 6 Uhr. Und ja. Habt eine angenehme Zeit. Bis demnächst. Tschüss.